Hallo ihr Lieben, ja schön, dass ihr auch kurz aus dem Swimmingpool kommt oder wo auch immer euch im kühlen Keller befindet. Wir haben für euch mal die 163 Seiten angeschaut, teilweise verwirrend, teilweise mit offenen Fragen und wollen dir jetzt mal sagen, ja was bringt uns eigentlich das Cannabis-Gesetz oder was bringt dir das Cannabis-Anbau-Gesetz? Also geht es jetzt in dieser Sendung. Darum wird legalisiert bzw. wird kaputt reguliert. Ja, ich freue mich mit euch auf diese Sendung. Ja, viele haben ja schon darüber berichtet. Ich möchte am Anfang noch mal klarstellen, dass es sich hier um einen Gesetzesentwurf handelt. Sprich, da werden auch noch Änderungen stattfinden. Trotzdem ist ja lang genug daran gearbeitet worden und man fragt sich natürlich, was haben sich der ein oder andere dabei gedacht? Zunächst mal, aber es gibt natürlich jetzt, ich will auch nicht alles schlechtreden. Es muss irgendwie ein Anfang gefunden werden und schauen wir mal. Besitzkonsum bzw. privater Eigenanbau sind für Erwachsene unter bestimmten Voraussetzungen legal. Ausrufezeichen. Also Voraussetzungen sind Besitz. Du musst das 18. Lebensjahr vollendet haben. Das ist ganz wichtig. maximal 25 Gramm pro Tag. Also egal, ob du jetzt in der Öffentlichkeit gesehen wirst oder bei dir in der Wohnung. Wenn sie mal einlaufen, darfst du im Grunde genommen nicht mehr als 25 Gramm haben. Drei Pflanzen sind zum privaten Eigenanbau erlaubt. Und ich habe mir direkt die Frage gestellt, ja, was passiert eigentlich, wenn der Ertrag höher ist als 25 Gramm? Also wie genau soll das eigentlich in der Realität funktionieren? Ich finde es schwer, also so kleine Pflanzen zu ziehen, dass ich bei drei Pflanzen 25 Gramm erwirtschafte. Ich glaube, da muss auf jeden Fall mal noch ein bisschen nachgebessert werden. Ja, die Weitergabe ist natürlich nicht erlaubt bzw. außer wenn man zusammen konsumieren will. Also wenn wir beide jetzt bei uns im Wohnzimmer sitzen und so, dann darf ich dir das schon weitergeben direkt zum Konsumieren. Ja, was gibt es noch zu sagen? Du darfst auf jeden Fall, das ging jetzt nur um Besitz, bei Konsum kann man sagen, du darfst sogar in Fußgängerzonen konsumieren, allerdings nur zwischen 18 und 20 Uhr circa. Es muss 200 Meter vom Eingang zu Schulen, Kinderplätzen, Sportplätzen, also öffentlichen Sachen sein und auch 200 Meter mindestens von dem Club, wo du das vielleicht her hast. Ja, also vor dem Eingang darf jetzt zum Beispiel nicht gehaucht werden. Du musst dich also mindestens mal 200 Meter entfernen. Ja, und überall, wo das Rauchen verboten ist, darf man natürlich auch nicht konsumieren. Eh klar, hoffe ich. Beispiel, ich gehe in meinen Club des Vertrauens, bekomme dort, nachdem ein Antrag ausgefüllt wurde und alles abgestempelt und versiegelt wurde. Meine 25 Gramm mit, weil ich ja nicht im Club mit den anderen konsumieren darf, muss dann mindestens 200 Meter gehen und hoffen, dass dann ein Park dort ist und dass da nicht wieder eine Schule oder irgendwas anderes in der Nähe ist. Also es wird nicht leicht, vielleicht gibt es irgendwann dann so Maps, wo man sehen kann, an dem Ort kann ich rauchen, weil da ist nichts in der Nähe. Wird vielleicht ein bisschen kompliziert, aber immerhin. Ja, was ist noch zu beachten? Zum Besitz noch mal. Weitergabe ist, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, nicht erlaubt, außer man kifft gleich zusammen. Auch mit Tausch, das ist noch nicht ganz so richtig rauszulesen. Also danach in der Wohnung oder draußen und natürlich nur für Erwachsene brauche ich glaube ich nicht extra zu erwähnen. Es müssen Schutzmaßnahmen getroffen werden, sprich es sollte irgendwie vor Kindern natürlich geschützt werden. Es sollte also ein extra Kasten sein, der am besten auch noch absperrbar ist. Es darf auch, wenn du zu Hause anbaust mit deinen drei Pflanzen, nicht den Nachbarn stören. Sei also froh, wenn du keine Nachbarn hast, die das vielleicht stört. Vielleicht gibt es auch da wieder Probleme. Du musst also sowohl für Lautstärke, wenn das den Nachbar stört, wie auch Geruch, kann das Ärger geben. Und du musst es natürlich von unbefugten Dritten auch unerreichbar machen bzw. versperren. Der Einbauort muss übrigens dein Wohnsitz sein. Du darfst also jetzt nicht beim Kollegen anbauen, weil deine Hütte zu klein ist. Nein, du musst dort gemeldet sein. Zweitwohnsitz ist möglich, aber es muss alles innerhalb Deutschlands sein. Also nur da anbauen, wo du gemeldet bist. Laut Gesetzesentwurf sind Marihuana und Hassig. Nein, also sind Cannabis und Hasch erlaubt, aber nur im reinen Zustand, also pur. Edibles, Öle, Extrakte und so weiter weiterhin verboten. Bei Heranwachsenden ist ein THC-Gehalt von maximal 10% erlaubt. Heranwachsenden versteht man wahrscheinlich zwischen 18 und 21. Auch das kann man nicht unbedingt genau herauslesen, was mit Heranwachsenden oder wie man das genau definiert. Das Gesetz ist mit EU-rechtlichen Rahmenbedingungen vereinbar. Das heißt, die müssen also auch jährlich einen Bericht an die UN schicken und an die Vereinten Nation, wie das Ganze abläuft und was da gemacht wurde. Ja, die THC-Werte werden dann also vom Bundesministerium für Digitales Unverkehr untersucht. Ja, ermittelt auch. Und es ist wirklich noch ziemlich unklar, welche Werte eigentlich erlaubt sind und wie diese überhaupt gemessen werden und bestimmt werden. Da sind noch sehr viele offene Punkte, die ich dann vielleicht auch noch kurz erwähne. Übrigens, Versand, Lieferung, absolut verboten. Werbung, das heißt auch Sponsoring für Clubs, sind verboten. Ja, das Gesetz zielt darauf, zu einem besseren Gesundheitsschutz beizutragen. So wird es beziffert und darunter fällt auch, wie hoch der THC- beziehungsweise CBD-Gehalt ist. Es geht viel um Aufklärung, Prävention stärken und die illegalen Markte von Cannabis natürlich einzudämmen beziehungsweise einzuschränken. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat meine Zusammenfassung und Erklärung ein bisschen gefallen. Es ging also um Besitz, Eigenanbau, Konsum. Ich wollte aber nicht alles in eine Sendung knallen. Es wird noch eine weitere Sendung geben, wo es nochmal darum geht, was dürfen Clubs, auf was müssen sie achten und ja, was der Gesetzesentwurf noch im Resümee von sich gibt. Ich bedanke mich und würde mich auf deinen Kommentar natürlich freuen. Bis dahin. Ich bedanke mich.